Endlich, es sind Sommerferien. Aber leider ist auch immer noch Corona. Vieles, was eigentlich für die Sommermonate geplant war, fällt aus. Aber die Stadtbibliothek in Wismar bietet trotzdem eine ganze Reihe an neuen Mitmachaktionen für kleine und große Leseratten an. Sie sehen hier im Hintergrund die Vitrine. Die bieten wir jetzt Besuchenden an, ihre eigenen Themen zu platzieren. Diese Mitmachaktion heißt Einblick und ermöglicht jedem, der Lust hat, unseren Besuchenden hier ihre Themen zu platzieren für jeweils zwei Monate. Also das können Bastelobjekte sein, das können Handarbeiten sein. Wir haben hier Fotografien jetzt, die Einblicke von Wismar zeigen. Also ein ganz vielfältiges Programm wird da angeboten. Auch die Menschen, die hinter den Geschichten stehen, werden hier vorgestellt. Mehr dazu auf der Internetseite einblick.wismar.de Kinder können bis zum Ferienende noch ihre Lieblingsfotos einschicken. Wir haben hier eine Fotowand und würden uns sehr freuen, wenn Kinder und Jugendliche uns ihre Fotos schicken, wie sie an ihrem Urlaubsort am Strand, in der Hängematte ein Buch lesen, das ihnen sehr gut gefällt und dann ein lustiges, kreatives Foto davon machen. Und das würden wir hier an unsere Fotowand bringen und damit auch andere Kinder inspirieren, die vielleicht etwas Schönes zum Lesen suchen. Nach der Absage des Schwedenfestes in der Hansestadt hatten viele schon befürchtet, auch das beliebte Schwedenquiz würde in diesem Jahr ausfallen. Aber da gibt es gute Nachrichten. Und da können alle Kinder, die schon lesen können und alle Kinder, die Lust haben, einfach mal hier vorbeizuschauen und zehn Fragen beantworten und besondere Preise gewinnen, die man nicht so unbedingt kaufen kann. Es lohnt sich wirklich. Auch der Ferienkalender für Wismar und Umgebung ist hier zu haben. Und natürlich hat die Bibliothek im Zeughaus auch geöffnet für alle, die sich einfach nur ein Buch für die freien Tage ausleihen wollen.